Was darf's denn sein? Ähm, ja. Nebenmissionen hier mit Sven. Kein Fan von Kalendern. Das ist wohl die... Nee, müsst ihr mal gucken, was man da machen muss. Der Kalender mit dem Messer drin. Was ist damit? Hm. Verdammtes Pech ist das. Ich bin am Arsch. Hab Schulden bei diesem Wichser. Sind die bald nicht bezahlt? Spielt der Spielchen mit mir? Nein, ich muss das Video mal eben laufen lassen. Was für Spielchen? Gewinne ich. Ist die Schuld bezahlt? Verliere ich? Bang! Aber niemand gewinnt sein Spiel. Ach, scheiße. Was soll ich tun? Ich bin eh tot. Hey. Könntest du mal mit ihm reden? Ja, in Warn, ne? Ich vertrete dich bei dem Spiel. Okay. Hey, Outrider. Nur, dass du's weißt. Wenn du nicht bald mit dem Spiel... ...dann kommen sie mich holen. Ich seh mich nach dem Typen, um dem Mercer was schuldet. Bin gespannt, was der für ne Masche hat. Wo soll er sein? Nimm bei dem Spiel und müsste es Platz eindruckieren. Okay. Oh, was soll das sein? Passionskarte ist doch auch hier direkt gezinkt. Ist auch hier. Lager der Entleer. Ich hab dir schon letztes Mal gesagt, ich setz immer den gleichen Betrag auf den Underdog. Wenn einer von denen gewinnt... Wir müssen ins nächste Gebiet rein, anscheinend. Hä, das vergleicht sich ja auch die andere Mission, oder was? Okay. Okay. Das ist halt zwei Missionen in einem. Okay. Das ist halt zwei. Ah. Ah. Okay. Okay. Das sind doch nur die Wüste, die euch gemacht haben, außer dass ihr jetzt noch mehr mit der Zeit habt. Weg in Kiss, meinst du? ich glaube ich glaube hin das ist eigentlich die Frage wenn man jetzt die Nebensinn an nimmt und das Gebiet schon gekleert hat dann muss man das trotzdem nochmal klären oder ist das dann egal Ah, also ok Ah, ok Ah Ich weiß dich offenbar zu wehren. Wenn du das Biest töten könntest, bevor noch jemand stirbt, würden wir für eine Belohnung sammeln. Das klingt gut. Bin dabei. Die Leute haben genug Sorgen. Noch ein Monster, das sie jagt, brauchen sie wirklich nicht. Hey, du bist Juno, oder? Du bist schon eine Weile hier im Wald, richtig? Ja. Ich war dabei, als die Siedlung aus dem Nichts entstanden ist, aber das kann man wohl über jeden Ort auf Enoch sagen. Du scheinst dich mit den Monstern hier ja ganz gut auszukennen. Noch ein Problem, um das ich mich kümmere. Muss auch Essen und Wasser auftreiben und dafür sorgen, dass die Leute ihre scheiß Klamotten hin und wieder wassen. Irgendwann sind dann auch menschenfressende scheiß Viecher nur ein weiterer Punkt auf der Liste. Ich weiß nicht, was das Biest ist. Da unten ist deine Macker. Das noch in die Mission. Irgendwie hier jetzt mal hin, ja auch, ne? Erst die eine Mission zu Ende, war. Dann nehmen wir die erste noch gleich mit an hier. Die andere hier. Also nehmen wir alles mit, ja? Also nehmen wir das hier mal mit. Das wird interessant. Wanted. Das hier. Bin dabei. Besucht. Die Hornisse. Besucht mich. Lass sie erstmal reingehen. Oh. Ja. Da ist irgendwie dieser Ziel an, Zielpunkt angegeben auf der Map, ne? Irgendwie hat sie ja. Warte. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ehe. Ehe. Es sind die Kinder. Echt? Es ist die Epic Dealer. Ich kann es nicht erfolgen, ich tue ihn nicht Es geht nicht Oh Ja gut, dann macht Sven jetzt immer das Abbauen und wir warten einfach Oh Ja gut Ich habe den Geo ran. Oh, wasser ist er? Ich habe die Hände. Ich habe die Hände hier. Ich habe den Hände. Ich habe den Hände. Ich habe die Hände. Ich habe die Hände. Oh! Das war's. 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 Was? Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Egal. Das war's. 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 ... Das war's. ... ... Das war's. ... 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